So, hier habe ich diesmal einen Dodge Charger. Das ist ein 69er Dodge Charger RT. Was steht da noch? Ah, Maßstab 1 zu 24 in diesem Polizeilook, was ich ziemlich nice finde. Ich habe keine Ahnung, wieso die Türen gedummt. Normalerweise wäre das in Weiß ein bisschen geiler gekommen. Auf jeden Fall kann man die Türen öffnen mit Gasanlage drin, mit, kann ich mal ganz leider nicht sehen, mit Käfig drin, mit Vollschalen sitzen, Tiefbettfelden, Tiefbettfelden. Dann hätten wir hier vorne nochmal den Motor. Ich hoffe man kann es erkennen, weil es sieht sehr nice aus, wirklich. Ich hoffe man kann es in dem Video sehen, weil es ist wirklich ein richtig cool gemachtes Modell. Dann haben wir hier hinten nochmal ein paar Lautsprecher. Dann haben wir hier nochmal eine... Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich habe echt keine Ahnung, was das ist. Wie gesagt, aber es ist insgesamt halt ein richtig, richtig schön gemachtes Modell. Wäre jetzt nicht so meins von der Aufmachung her, wenn ich einen Charger besitzen würde. Aber das ist ja immer Geschmackssache. Wenn ich das finden sollte, werde ich es euch auf jeden Fall verlinken. Ihr könnt mir gerne ein Like da lassen oder auch nicht. Bis denn dann, Tschaui!